Auch Miau. Auch Miau. Miau, könnt ihr mich wirklich sehen? Ähm, anscheinend. Aber wie ist das möglich? Kennt ihr etwa Amy? Nein, nein, nein. Ich bin doch nicht so weit. Hey, falls du Hilfe brauchst, bist du bei uns genau richtig. Er wird dir helfen. Ähm, warte. Aber wir müssen weitere Zwischenfälle verhindern. Ja, das stimmt. Hey, ich hab eine Frage. Warum tust du das alles? Miau. Als ich noch am Leben war, hat sich meine Besitzerin Amy immer liebevoll um mich gekümmert. Jetzt bin ich Chibanyan. Aber damals hat Amy mir einen richtigen Namen gegeben. Und wie genau lautete dein Name? Er war absolut perfekt und passt hervorragend zu meiner verspielten Persönlichkeit. Na, dann verrate uns den Namen doch endlich. Ich hab ihn vergessen. Wie kann man das vergessen? Wir haben in einem Bett geschlafen. Auf der Couch. Unter dem Tisch. Ach, damals war ich so glücklich. Du hast nur geschlafen? Naja, er war eine Katze. Und dann, eines Tages. Miau! Das Letzte, was ich hörte, war Amys Stimme. Was sie sagte, werde ich niemals vergessen. Wie konntest du dich nur von einem LKB überfahren lassen? Du Loser. Du Loser. Du Loser. 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 Aaaaaaah! Wie gut war's los! Nein, das ist sie nicht! Amy liebt mich. Sie hatte bestimmt einen guten Grund dafür. Und der wäre? Hm. Irgendeinen muss es geben. Ich versteh's immer noch nicht. Eines weiß ich ganz genau. Amy hätte das nicht gesagt, wäre ich nicht von dem LKW überfahren worden. Deswegen trainiere ich jeden Tag, damit ich eine Katze werde, die jeden LKW zur Strecke bringen kann. Aber damit bringst du viele unschuldige Menschen in Gefahr. Puh, darüber hab ich noch nie nachgedacht. Dann probier ich es eben alleine. Miau! Miau! Wow! Oh je! Der Punkt geht an den LKW. Okay, gar kein Problem. Ich seh schon, wo der Fehler lag. Ich hatte mich nicht richtig aufgewärmt. Man sollte ein Aufwärmtraining nie unterschätzen. Genau, diesmal schaff ich's auf jeden Fall. Die Gauke aktivieren! Miau! Sind hier immer so viele Lastwagen unterwegs? Wovon hat er gesprochen, bevor der Lastwagen ihn getroffen hat? Von meinem Tigerauge. Eine antike Kampftechnik, die seit Generationen überliefert wird. Eine antike Kampftechnik? Noch nie davon gehört. Diesmal! Füß mich selbst, dass jemand aufhört! Katzen ist zahm! Oh Mann.